Moinsen Freunde! Wie geht's? Wie steht's? Ja, Ausrufezeichen. Win-Challenge oder Challenge. Ihr seht selber, was hier los ist, ne? Ganz ehrlich, ich kann dir keinen anspielen, weil die alle hinten stehen wie die Idioten. Und mein Torhüter ist auch nicht pralle raus. 4-1. Super Draft gewesen. Oh ne Scheiße. Es geht sofort rein in den Spin. Einfach den Win gönnen. Ich sag nicht nein. Bitte, lieber Gott. Pasch holen mich. Ach, du heilige Scheiße. Einfach doppelter Win, dann zählt das für FIFA und Vollgas. Das wär's jetzt. FIFA und Vollgas, bitte. Wenn jetzt nochmal mal zwei kommt, raste dich aus. Ja, let's go. Scheiße auf FIFA und Vollgas. Ja, die Scheiße, die Pille und Tigger. Zack. Zwei Spiele gestrichen. Beide schlimmsten sogar. Scheiße, ich spuck FIFA ins Gesicht. Nie wieder packe ich das Gelb an. Wartet, Chat. Wartet kurz. War das Spin mal zwei oder fällt mal zwei? Das war fällt mal zwei, ne? Ja, fuck. Dann müssen wir in Vollgas rein. Heißt, wir müssen noch mal spinnen. Okay. Ja, ist alles gut. Durch, durch. Da sind nur mit FIFA durch. Ja, voll. 60 Sekunden Werbung. Ohne Reinhardt. Ey, wenn ich das nicht schaff, ne? Dann ist hier was los. Wollt grad sagen. Ey, nein. Nerv mich nicht. Let's go. Zack und durch. E-Sportlein-Folgas. Was soll ich euch erzählen? Jawohl. Wollt grad sagen. Bitte nicht. Please. Don't do it. Habt ihr gesehen, wie knapp das war? Habt ihr gesehen, wie knapp das war? Mehr Glück als Verstand. Ja. Let's go. Oh nein, da habe ich noch nie gewonnen. Da habe ich noch nie gewonnen. Oh oh. Ja. Werkspitze deine Mutter. Stinkt in der Ritze. Let's go. So. Schaffst du. Das wär's. In der ersten Runde Vollgas. Ja. Sieht gut aus. Ich sag nicht nein. Ui. Ey, du Nutten-Sau. Oh. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Wichtiges Ding. Wie gut. Wie gut. Let's go. Der Mann ist inaktiv. Der kann nichts. Der hat das Spiel zum ersten Mal. Warum kann der fliegen? Ich habe endlich mal jemanden, der schlechter ist als ich. Und ich freue mich. Digga, wo lang fahre ich? Ich kann das Spiel nicht, Chad. Was war das denn? Ich sehe das Ding nicht mehr. Wo ist es? Da ist es. Oh, Rainer. Ja, verdienter Treffer. Sag ich auch, wie es ist. Gutes Fahren. Setz dich durch. Danke für euren Tipp. Ballkamera hat es richtig gebracht. Komm, Junge. Push dein Körper. Und Rainer. Zack. Let's go. 2-2. Wichtiges Ding. Gegner am Pennen. Haha. Pfosten. Also Fatti. Oha. Ey. Sieg ist sieg. Wir haben gewonnen. Let's go. Kanalwetter auflösen. Digga Sieg. Egal, ob der inaktiv oder kacken gegangen ist. Es ist scheißegal. Nein. Hahaha. Mein bester Jutscher. Friss das, du Schraubf und Scheiße, du. Ich bin untuldig. Mach dich. Och, Budi. Also weiß. Guck dir an. Guck dir an Wasser da mal. Ne, hier ist raus aber. Lässt du dir den Quatsch, bitte. Ja, mach ich's ernst. Jetzt ist er beim Maupenbrücken. Alter, das haben wir schon mal besser gesehen, mein bester Jutscher. Das haben wir schon mal besser gesehen. Haben wir den da hinten? Input 28. Was soll ich euch erzählen? Es ist es. Auch mal die Leute aus der Lobby kicken hier. Was willst du denn? Aufgefressen. Eins gegen eins. Mit der schallere ich ihn aus dem Leben. Boah. Wer weiß, was gut ist. Du Idiot. Let's go. Du bist wichtig. Och, Digi. Egal. Ist gut, ist gut, ist gut. Nehme ich in Kauf. Eine von Blauen. Ihr dummen. Och, Digi. Weiß ich nicht. Auf neunten Blitz abbekommen. Muss das? Ich kann Mario Kart ja auch echt gut. Das seht ihr jetzt zwar nicht, aber ich kann das. Das ist mein Game. Das ist mein Game. Guck, was ihr anfängt. Habt ihr gesehen? Ich kann das Spiel. Ja, abkürzert. Keiner von euch da draußen schon mal genommen. Ich hab nur Pech gerade. Und ich bin unkonzentriert. Och, nicht die rote. Es war's komplett. Ach, Mann ey. Was ist alte 4? Frag bloß nicht. Ey, jetzt krieg ich schon schlechte Laune. Wofür ich immer ein bisschen schass denn, der Spinn? Scheiß, alte 4. Super, jetzt kann ich 10 Mal spinnen. Wahnsinn. Erstmal den Klopfer kriegen. Auf den Frust. Auf den Frust. Erstmal in die Klopfer. Och, nein. Warum bin ich nicht in Warzone geblieben? Obwohl es gut ist. Trotzdem hoch. Mario Kart ist eine Sache, das hätte ich easy gepackt. Warzone ist so eine andere Sache. Bitte nicht. Wie nennt man etwas, das zur Erinnerung an Personen oder Ergebnissen geschafft wurde? Denk mal. Wie könnte man seinen Unmut, was? Hab gerade Helmut gelesen, weiß auch nicht warum. Über den Überzeitpfiff des Gietrichters bei einem spannenden Spiel äußern. Pubertät. Geschlechtsreife. Wechseljahre. Oder Menopause. Es könnte eins von den vielen sein. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Wechseljahre. 100%. Schade. Beim nächsten Mal vielleicht. Och du Scheiße. Spin mal zwei. Was würde ich jetzt für ein Win machen? Ich würde Sir Rock Johnson einen lutschen. Zwei Eiswürfel unedel. Ach nee, war zwei Spins. Also ein Eiswürfel und noch ein Spin. Ach, ich backen zu sa... Ja, die Doofheit wird belohnt. Ja, 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 ja. Wichtig! Hast du nichts? Von wo? Gar nichts verstanden. Ich war voll in meinem Film. Ah, bin tot. Fick die Dicken. Da ist einer. Ja! Geldpunks! Let's go! Drei Kills! Wichtiges Ding! Oh, man selber! Oh, man selber das Ruder in die Hand nehmen. Und das Ding nach Hause holen. Wichtiges Ding. Es steckt auch echt viel Mühe in diesem Video. Also, wäre echt geil, wenn er da das... Irgend... Sean mit Lil Gamze. Game. Ah! Euer Christian. Ja. Okay. Ja.